Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange. Wir haben die drei gesuchten Akten zusammen und sprechen jetzt einfach mal mit der guten Chloe. Die Prescotts verabschied haben eine große Bank, um die Nathan zu verabschieden. Schau, es sieht wie eine Rapp-Scheit. Schade, die Lehrer, die Lehrer verabschieden. Aber ich wurde verabschiedet. Die Prescotts immer wieder bekommen. Check out that note. Open it. Es ist nur ein verrückter Zeichen. Es ist kein Zeichen. Schau. Rachel in the darkroom. Rachel in the darkroom. Over and over. Das ist es. Das ist... Verabschied. Was ist das denn? Nathan ist wirklich psychotisch. Ich weiß, er hat etwas zu tun mit Rachel zu verabschieden. Woah. Listen auf das. David M. immer fragt, was passiert in meinem Kopf. David M. immer hilft, mich zu folgen, was er folgt. Das ist ziemlich kryptisch. Nein, es klingt, wie sie eine gewisse Team verabschieden. Jesus. David was stalking Kate. Hassling me. And now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Does your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Bestechungsgeld? Holy shit. Jackpot. Cha-ching. Wow, Sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after our knife showdown yesterday. This is maybe not the bad idea. Honestly, take it with me. Then we can pay Frank. This is here just... ...Bestechungsgeld. I'll take you on a road trip to Portland. I mean, Chloe, she's already out of here. What... ...sap we're doing? ...Bee, Wee, Donuts, and books from Powell's, and strip clubs? I'm kidding. But you never know. Yeah, cool. Dann verschwinden wir mal. Ob das jetzt die beste Entscheidung war oder nicht. I feel like shit, for taking that money. Yeah, that we have consequences, but I think it's the right decision. It's just... It's just... The decision is me now not so much so schwer gefallen, aber ganz ehrlich, wenn wir's nicht nehmen, dann keine Ahnung, was der Direktor damit macht. Sich einen neuen Sessel kaufen. Und Chloe kommt vielleicht dann aus der Scheiße raus. Yay. Ja, sie sind sehr schlechte Einflüsse auf uns. Blackwell Academy. Aber das ist cool, wenn so Schulen ihre eigenen Schwimmbäder mit drin haben. Ich find das so cool. Hatten wir nie. Wir sind immer... ...in so ein Assi-Bad gefahren. Und das ist auch nur Grundschule und dann noch Fünftelklasse? Und das war's dann. Ich war aber auch froh drüber, weil... Das war halt genau im Winter, wo ich dann eh krank war. Uh, Automat? Nee. Boah, aber so auf Schwimmen gehen hätte ich auch mal wieder richtig Bock. Also so auf Bad und so. Boah, das wär echt geil, aber hat halt leider nicht offen. Müssen wir jetzt mit ihr reden oder so? Ähm... Eine junge Umkleide könnten wir vielleicht irgendwas über Nation herausfinden oder Mädchen Umkleide? Über Victoria. Komm, wir nehmen die jungen Umkleide. Schauen wir mal nach. Ähm... Zachary's Trikot... Ein Handy ansehen? Besseren Handy ist das. Stainer? Nee, Victoria. Alter, die macht einfach so Sex-Chat mit denen ein. Wie blöd ist die Alte? Weil er nicht verliebt ist. Nathan, das... Da wollte ich hin. Ähm... Was nimmt der da alles? Das ist jetzt nicht so eine Kleinigkeit irgendwie. Der nimmt ja da richtig viel. Und das ist nur, was er halt praktisch im Bad dabei hat. Also der Junge ist doch komplett bescheuert. Also wenn ihr wirklich hier was mit der... Anderen... No worries, it's all bad. Ja. Sex me up. Aha. So, was gibt's hier? Logan? Ähm... Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer noch an dich. Kuss Logan. Der hat sie doch zur Abtreibung gezwungen, gell? Nicht cool. Ja. Gehen wir mal weiter. Da hat jemand einen Penis gemalt. Ah. Victoria wieder. Ey, irgendwer liebt... Warren. Das wette ich. Ich glaube, das kommt von Brooke, aber das würde keinen Sinn machen, weil... Max ist ja... Wow. Kann man das wegwischen? Willkommen zu 1950. Was haben wir hier? Boah, das ist auch fies. What the fuck? Moral Avenger. Or... Self-righteous Hypocrite. Boah, diese Duschen sind auch so richtig asozial aus. Und die Zeit war am Boden. Wollte wohl keine aufheben. Ah, ja. Ah, keine Ahnung. Es scheint irgendwie jeder was anderes über Rachel zu wissen. Auch ganz seltsam. Hey, sie testet hier das Wasser oder was? Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht... Sauerstoffflaschen. Es ist schon mal sehr schön, dass die da sind. Was gibt's da? Akten. Schön. Da haben die auch mal was gewonnen. Was haben wir hier? Das ist ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist. Ähm, was gibt's denn hier? Einschalten. Können wir jetzt schwimmen gehen mit der Chloe? Uh, Chloe hat sich ausgezogen. Interessant. Gibt's hier noch irgendwas? Win, win, win. Ja, das ist immer meine Ziele, hier zu gewinnen. Halloween Quirbus, das ist schön. Halloween ist auch ein wunderschönes Fest. Also ich mag Halloween. Ich wäre auch dieses Jahr gerne Halloween feiern gegangen. Oh. Der verschimmelt doch. Wir haben doch jetzt die zweite Woche von Oktober. Das heißt, der verschimmelt doch bis in zwei Wochen, ganz ehrlich. Außer erst aus Blast, das sieht man ja nicht. Dann nicht. Ich möchte noch hier in die Mädchen umkleiden. Okay. Sie ist reingesprungen. Passiert. Irgendwie ist es hier dreckiger als bei den Jungs. Aber das kann ich nur bestätigen. Ja, Victoria kann mich mal. Dear Kate, I don't care. Gott. Alter. Derjenige, der das hingeschrieben hat, bereut es jetzt. Hoffe ich mal. Was ist hier? Ist das Victorias? Ach so. Ja, die Brooke, die steht auf Warren. Das ist mir auch schon aufgefallen. So dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier irgendwelche T-Shirts ist in Ordnung. Handtücher. Ja, ja. Kate. Ja, ich bin mir sicher, sie will weglaufen. Alter, jeder auf dieser Schule mobbt sie. Oh, das ist ein Bieber. Und Victoria, was hat sie da ein paar Bilder von, wie es der Jefferson ist. Okay, cool. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dieser Folge. Und nächste Folge geben wir dann eine Runde mit der guten Chloe Barden. Bis dahin. Tschüss.